Es geht weiter im Programm. Wir haben heute am Vormittag schon die Künstler-Demo gehabt. Das ist eine riesengroße Gruppe, die sich da umrankt und denen auch in dieser Corona-Wahnsinns-Zeit der Brunnen unter den Füßen weggezogen wurde. Und ich freue mich sehr, dass wir einen Grazer Urgestein, der vorher noch sehr jung ist, hier haben. Grazer Schauspieler, Kabarettist und Österreichs bekanntester Comedy-Verwandlungskünstler ist heute hier. Begrüßt mit einem tosenden Applaus, Gerd und Haas. Hallo, vielen Dank. Danke für die liebe Begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich heute meine Gedanken zur momentanen Situation mit Ihnen teilen darf. Ich möchte gleich zu Beginn klarstellen, dass ich persönlich spreche, nicht für irgendeine Gruppe oder für eine Vereinigung. Und dass ich mich ganz klar von allen politischen Parteien distanzieren möchte und von allen Menschen, die andere diskriminieren oder ohne Respekt oder ohne Wertschätzung behandeln. Wer, der mich und meine Organe kennt, der weiß, dass ich kein politischer Kabarettist bin. In meinen Schoß geht es mir darum, die Menschen über das Lachen offener zu machen. Offener für mehr Bewusstsein, Selbsterkenntnis und Selbstannahme und für mehr Vertrauen ins Leben. Und gerade das Vertrauen ins Leben ist es, dass zur Zeit so viel fehlt. Wobei ich kann jeden verstehen, der Angst hat. Ich kann jeden verstehen, der Angst hat aufgrund der vielen Meldungen in den Zeitungen, in den Medien und aufgrund dessen, was man von der Politik seit Monaten hört. Ich kann es auch deshalb so gut verstehen, weil ich bis vor 20 Jahren selbst ein unglaublicher Hypotomber war. Ich habe unter enormen Krankheitsängsten bis hin zu Todesängsten gelitten und ich war jedes Jahr bei unseligen Ärzten. Jedes Symptom, das ich an meinem Körper wahrgenommen habe, habe ich sofort gegoogelt und bei den möglichen Diagnosen im Internet dann immer die schlimmste angenommen. Ich glaube, meine Ängste wurden auch dadurch immer größer, weil die Meinungen und Diagnosen der Ärzte, die ich draufgesucht habe, sehr oft extrem weit voneinander abwichen. Bei den geschwollenen Lüpfknoten zum Beispiel war von völlig unbedenklich bis um Gottes will ziemlich sicher bösartig sofort rausschneiden, alles dabei. Die Tatsache, dass es auch unter den Ärzten so viele unterschiedliche Einschätzungen ein und desselben Symptoms gab, hat mich damals zu tiefst verunsichert. Was mir dann letztendlich geholfen hat, war die Konfrontation mit meinen Ängsten. Das habe ich nicht allein geschafft, unterstützt haben mich dabei ganzheitlich denkende Therapeuten und Ärzte, die Körper und Geist als Einheit sehen. Und nicht immer nur die Körperteile ihrer jeweiligen Fachgebiete, sondern die gesamten Menschen, die ihre Arbeit in der Einheit sind. Und erst die Beschäftigung mit meiner Angst vor dem Tod und die bewusste Akzeptanz und Integration meiner eigenen Sterblichkeit haben mir wieder Vertrauen und Freiheit gebracht, um mein Leben mit Freude und weitgehend Angst frei leben zu können. Und jetzt kommt es mir so vor, als würde sich ein Großteil der Menschen in einer Art hypochondrischen Hysteril befinden. Die meisten von uns neigen, dann zu dem Tod so gut wie möglich zu verdrängen. Wenn ein Verwandter oder jemand aus dem Freundeskreis stirbt, ist das Thema kurz da, um dann möglichst schnell wieder weggeschoben zu werden. Zu groß ist unsere Angst vor der eigenen Sterblichkeit. Eine berühmte Psychologe hat einmal gesagt, jene Angst ist im Grunde nur eine Ableitung vor der größten Angst des Menschen, der Angst vor dem Tod. Und ich glaube, da ist was dran. Seit Corona ist der Tod täglich Thema der Medien. In jeder Zeitung, jeder Nachrichtensendung und in den sozialen Netzwerken. Jeder Corona-Tode wird gezählt und ist, egal wie alt auch immer, eine Schlagzeile wert. Jeder Corona-Tode ist einer zu viel und muss verhindert werden, hört man von der Politik und von den Medien. Und sie erwecken dabei den Eindruck, als ob nur noch ein Corona gestorben würde und als ob der Tod ein Feind wäre, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen gibt. Dabei ist das, wie wir alle wissen, ein aussichtsloser und sinnloser Kampf. Ist es nicht viel sinnvoller, mit dem Tod Frieden zu schließen und dann vielleicht erstmals angstfrei, gelassen und freudvoll wirklich zu leben? Sie kennen sicher alle das Sprichwort, Angst ist nie ein guter Berater. Und das stimmt. Angst macht den Horizont eng und sie macht uns auch manipulierbar. Das sehen wir derzeit wahrscheinlich wie selten so vor. Weltweit akzeptieren die Menschen völlig unverhältnismäßige Maßnahmen, die keine Lösung, sondern nur eine weitere Verschärfung des Problems darstellen. Das tut sie meiner Meinung nach vorrangig aus Angst vor dem Tod. Wobei ich beobachte auch noch zusätzliche Gründe für dieses Verhalten. Viele Menschen wollen meiner Meinung nach ihr Weltbild, in dem sie sich sicher fühlen, nicht in Frage stellen. Sie wollen glauben, dass Politik, Medien und Wissenschaft stets wohlwollend und im allgemeinen Interesse handelt. Und es will nicht beachtet, dass nach Skandalen wie Hypo-Alpe-Aria, Barabon-Pupok, Renekon, Kultizanomomantik, Kommerzialbank etc. das Vertrauen der Menschen in die Ungestechtlichkeit der Politik noch immer so groß ist. Besonders, weil die genannten Skandale, und da bin ich sicher, nur die Spitze des Eisbergs sind, das meiste fliegt sowieso nicht drauf. Ähnliches gilt auch für die Wissenschaft. Zu aktuellen Studien gibt es oft sich gegenseitig widersprechende Studienergebnisse. Je nachdem, wer die Studien in Auftrag gibt und welche Interessen dahinterstehen. Am glaubhaftesten sind für mich daher Studien, die keinen finanzielle Vorteile bringen. In letzter Zeit hat mich zum Beispiel beeindruckt, die differenzierte Studienanalyse von Frau Prof. Dr. Ines Kappstein, einer renommierten deutschen Krankenhaushygienikerin, die nachgewiesen hat, eine allgemeine Maskenpflicht ist nicht nur so gut wie wirkungslos, sondern sogar schädlich. Weil von diesem Ergebnis profitieren weder die Firmen, die um unzählige Millionen Masken herstellen und produzieren und verkaufen, noch die Politik, sondern nur wir Menschen. Auch die Medien machen Gewinn mit der Angst. Und davon auszugehen, dass hier wirklich ausschließlich objektiv fundiert und vor allem unabhängig berichtet wird, ist im Hinblick auf staatliche Presseförderungen und Finanzierung unserer Medien über Werbekunden ziemlich naiv. Aber wie gesagt, viele Menschen sind nicht bereit, an ihrem Weltbild rücken zu lassen. Für andere wiederum, und dazu gehören vor allem leider auch einige unserer Politiker, kommt es nicht in Frage, jetzt nach mehr als sechs Monaten einzugestehen, dass sie sich in ihrer Einschätzung der Gefahr durch Covid-19 geirrt haben. Einem Irrtum zuzugeben ist für diese Leute kaum machbar. Zu groß ist ihr Ego, und scheinbar hat er sich bis zu Ihnen noch nicht durchgesprochen, dass das Eingestellnis von Schwächen eine große Stärke ist. Die Menschen, die in erster Linie Angst vor Quarantäne und den daraus möglicherweise entstehenden Folgen für Beruf und Familie haben, kann ich noch am besten verstehen. Und zuletzt fahre ich mir noch diejenigen ein, die alle Maßnahmen aus Eigennutz unhinterflagt hinlernen. Ich kenne einige, die mir sagen, dass es ihnen so gut wie nie geht. Sie arbeiten 10% und kriegen 80% gezahlt. Vermutlich wird sich ihre Stimmung und Meinung erst dann ändern, wenn in vielen Fällen die Kurzarbeit in Arbeitslosigkeit mündet. In nicht wenigen Branchen haben wir schon einen Vorgeschmack auf das, was noch viele treffen werden. In der Reisebranche, in der Städte- und Kongress-Tourismus, bei den Gastwirten, den Nachtclubs, den EPUs, sogar bei den niedergelassenen Ärzten oder in meiner Branche der Kunst und Kultur. Wir dürfen zwar inzwischen unter strengen Auflagen wieder auftreten, aber sehr viele Veranstaltungen müssen abgesagt werden, weil sich die meisten Menschen aufgrund der Panikmache nicht in geschlossene Räume trauen. Und das, obwohl laut dem Leiter der AGES selbst bei vollbesetzten Theatern ohne Maske und ohne Abstand die Ansteckungsgefahr nicht erhöht wird. Das trifft vor allem Künstlerinnen und Künstler wie mich, die noch nie eine staatliche Subvention erhalten haben und sich ausschließlich über den Ticketverkauf finanzieren. Aber an unseren Auftritten hängen auch unzählige Menschen, von technischem Personal über Agenturen, Veranstalter bis hier zu Kretan. Über 180.000 Personen sind das in Österreich im Kunst- und Kulturbereich. Und all das wegen einer vollkommen überzogenen Angst, die keine reale Grundfrage hat. Ich habe in den letzten Monaten mit zig Expertinnen und Experten unzählige persönliche Gespräche geführt. Darunter mit Universitätsprofessoren für Hygiene und Statistik, mit Klinikvorständen, Intensivmedizinern, die Corona-Patienten betreuen, mit Virologen und Epidemiologen, mit dem inzwischen sehr bekannten Dr. Hardisch oder Dr. Allerberger von der AGES. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass inzwischen so gut wie alle die Situation entspannter sehen und sich zumindest schon einmal im privaten Gespräch für eine Abschaffung der Maßnahmen und für eine Rückkehr zur vollkommenen Normalität aussprechen. Ich wünsche uns allen, dass immer mehr Ärzte den Mut haben, ihre kritische Meinung öffentlich zu äußern und die politischen Verantwortlichen zu einem raschen Umdenken aufzufordern, ohne Angst vor negativen Konsequenzen haben zu müssen. Wir müssen mit dem Corona-Virus, und das ist auch meine Überzeugung, ganz normal leben lernen, die wir ja jedem anderen Virus auch haben. Die vorherrschende Politik der Angst vernichtet nicht den Corona-Virus, sondern zerstört die Grundlagen unseres Wohlstandes und unserer Oberlebenskönig. Angst kann mit Sicherheit den Tod nicht verhindern, sie verhindert nur die Freude am Leben. Und das sieht man auch, die Menschen gehen zwar noch irgendwie mit Maske und Abstand zum Sparen, aber haben anscheinend die Freude am schönen Stund im Theater, Kino, Konzert oder bei Festen schon verloren. Und auch das liegt an den übertriebenen Maßnahmen der Regierung. Dabei wäre der von der Politik getätigte Aufruf zur Eigenverantwortung ja an sich vom Begriff her sinnvoll. Aber Eigenverantwortung kann nicht eine blinde Bevölkerung sinnwidriger und die Gesellschaft schädigender Maßnahme haben. Wir sollten bedenken, für die Entstehung und den Ausbruch jeder Krankheit, völlig egal ob Virus, Bakterien, Autoimmunerkrankung, Krebs, was auch immer, ist das Immunsystem entscheidend. Ist das Immunsystem stark genug, kann unser Körper allen Stand halten. Insofern kann aus meiner Sicht echte Eigenverantwortung nur bedeuten, das Immunsystem zu sterben. Wie man das macht, weiß man heute schon sehr gut, das kann auch jeder im Internet nachschauen und durch die Ernährung, Bewegung, zusätzliche Vitamine, wie Vitamin C, Seizint, Vitamin D und vor allem durch Segen, Hygiene, Lebensfreude und Angstfreiheit. Ich bin sicher, wenn sich anlässlich von Corona viele Menschen mit ihren Ängsten und ihrer Sterblichkeit konfrontieren und anfreunden, ihre Prioritäten überdenken und gegebenenfalls neu ordnen und dann mit Freude und neuem Vertrauen wieder voll ins Leben gehen, wäre diese Krise eine Riesenchance für einen Garten. Wir wissen, jeder von uns erzeugt seine persönliche Realität durch seine Reaktion auf die äußeren Umstände. Und die äußeren Umstände können wir nur beeinflussen, indem wir entsprechend auf sie reagieren. Ich wünsche uns, dass uns wieder bewusster wird, wie viel wir eigentlich selbst in der Hand haben. Ich entscheide, ist das Glas halb leer oder halb voll? Reagiere ich auf Corona mit Angst und übertriebener Vorsicht? Oder indem ich eigenverantwortlich mein Immunsystem stärke und mit neuer Zuversicht ins Leben gehe? Was glückbringender ist, wird vermutlich jedem klar sein. Es ist vielleicht geliebt, dass uns heute hier das jede und jeder, der heute hier ist, dazu etwas beiträgt. Wenn immer wir wieder mit einem Menschen in unserem Umfeld zusammen sind, der Angst hat und es schafft, ihm oder ihn die Angst zu nehmen, erzeugen wir dadurch ein Feld des Vertrauens in eine gute Zukunft. Und das wünsche ich uns. Es wäre nämlich schön, wenn unser Bundeskanzler dann demnächst im Fernsehen sagen könnte, bald wird jeder jemanden kennen, der die Corona-Angst endgültig losgeworden ist. Danke. Danke. Alles Gute. Danke, Herr. So, Ernst, hätte ich gar nicht. Wenn ihr wieder was zu Lapp haben wollt, ich hoffe, das ist euch wichtig. Und unterstützt auch den Gernot. Ich habe Tränen gelacht letztes Jahr, aber habe ihn zweimal besucht. Er hat zwei Programme, die bald anstehen. Das eine ist Meine liebsten Witze. Das ist ein neues Programm. Das wirst du am 20. November, ist das richtig? Im Theater der Kommune Graz. Inklusive Leid. Musik zum Besten geben. 20. November, ja, notiert es euch. Und am 21. Jänner, 21 ist da noch ein bisschen hin, aber könnt ihr euch auch schon merken, jetzt Weihnachtsgeschenke stehen bald vor der Tür. Ebenfalls in der Kommune Graz spielt es ein aktuelles Comedy-Programm. Fimpin. Hurra! Und da schlüpfst du in die Kleider von 20 Prominenten, ist das richtig? 20? Es sind über 20, ja, allen Kostümen und Masken, da sind unser Bundeskanzler auch dabei, denn hier glaube ich, jeder sehr gerne sieht. Also, ich glaube, ein Rollschuss, das habe ich schon gesehen. Ja, ja, ich bin so groß, ich bin sicher sehr freundliches, liebe schärfende Freunde. Ich bin scheinbar, ich bin in der Tasche. Danke dir. Also, ich bin so groß, ich bin so groß, ich bin so groß. Ich bin so groß, ich bin so groß. Vielen, vielen Dank. Danke dir.